Also Jonas, wir können die Klimawahl anfangen. Die Krise wartet nicht. Gibt uns ein Zeichen, wenn es los geht. Okay. Das ist ein Video über die Unkühlerkeit auf unserem Geldsystem. Es dauert etwa 15 Minuten, denen das zu lang ist. Für die gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung und die geht dann so. Artikel 99 der Bundesverfassung sagt, nur der Bund darf Münzen und Banknoten rausgeben. Er hat das Geldmonopol. In Tat und Wahrheit werden aber 85% vom Geld unbar vom privaten Bankensystem aus dem Nichts geschöpft. Das grosse Problem mit diesem Geld ist das. Das wandert vor allem in die Spekulation, erzeugt dort einen hohen Profittdruck. In der Realwirtschaft auf der anderen Seite muss gespart werden bis zum Gehtnichtmehr. Löhne senken, Leute entlassen, die Umwelt geht kaputt. Wir mögen es nicht mehr gehören. Ich finde, das muss man ändern. Man muss die Verfassungsmässigkeit vom Geld auf das politische Parkett bringen. Darum kandidiere ich. Wähle Christoph Pflüger. Liste 18 parteifred.ch im Kanton Solator. So, jetzt können die, die es ein wenig präsent haben, wegzappen können. Oder die, die den Rest nicht schauen wollen, weil sie es schon wissen. Oder weil sie vielleicht darin vorkommen. Banker und Politiker vielleicht. Oder Leute, die lieber die Wahrheit nicht in die Augen schauen. Weil die sieht nicht sehr angenehm aus. Jetzt, wo wir unter uns sind, kann ich ein Zitat mal sagen von Henry Ford. Der hat mal gesagt, wenn die Menschen die Geldschöpfung verstehen würden, dann gäbe es am nächsten Tag eine Revolution. Jetzt wollen wir ja alle, dass es grosse Änderungen gibt und eine echte Verbesserung. Aber doch lieber friedlich und demokratisch. Und damit das passieren kann, müssen wir die Geldschöpfung, die Verfassungsmässigkeit von unserem Geld verstehen. Dass Banken aus nichts Geld machen, das habe ich schon gesagt. Es ist fast nicht zu glauben, aber es steht in vielen Büchern. Unter anderem auch hier in der Broschüre, die jeder gratis bestellen kann von der Nationalbank. Bei Nationalbank kommt das liebe Geld. Schlaut die Seite nichts auf und dort steht der schöne Satz. Die Banken schaffen neues Geld, indem sie Kredite vergeben. Das funktioniert dann so. Ein Sparer geht mit 10'000 Franken auf seine Bank, deponiert das dort unter Gutschrift über auf sein Konto, das ist Geld. Er muss Steuern zahlen dafür, er kann Rechnungen damit zahlen. Jetzt kommt ein Unternehmer auf die Bank und er will eine neue Computeranlage. 1'000 Franken kostet 9'750 Franken, er kommt das Geld rüber, er stirbt den Kreditvertrag und kann die Rechnung vom Computerhändler zahlen. Was passiert mit der Geldmenge? Das Geld vom Sparer, die 10'000 Franken, die sind noch da, die verschwinden nicht. Er muss immer noch Steuern zahlen dafür, die bleiben. Dann kommen zusätzlich die 9'750 Franken dazu. Das ist auch Geld, bei dem kann man auch Rechnung zahlen. Die Geldmenge hat sich erhöht. Jetzt ist das Geld bei der Bank vom Computerhändler und jetzt kann sie wieder einen Kredit geben. Sie kann nicht alles weiterverleihen, sie muss wieder 2,5% Mindestreserve, das ist gesetzliche Vorschrift, muss sie zurückbehalten und kann nachher etwa 9'506 Franken, 25 ist das glaube ich, kann sie nachher weiter als Kredit verleihen. Die Nationalbank schlitt zu diesem Vorgang. Es klingt fast ein wenig biblisch. Dies führt abermals zu einem Anstieg der Geldmengen. Die Geldschöpfung geht weiter. Wie weit geht sie? Sie geht so weit, bis aus diesen 10'000 Franken, die wir angefangen haben, 400'000 Franken entstanden sind. Es ist die reinste Magie. Und es ist auch ein Bombegeschäft. Weil aus nichts etwas machen, Geld machen und einen Sinn verlangen dafür, dass... Ich glaube, das möchte noch viel. Aber es gibt ein kleines Problem. Und das Problem, das sieht so aus. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf eine Bank geht, dass Häusleweitbau eine Million braucht, dann schöpft die Bank die Million, die es vorher nicht gegeben hat. Die Geldmengen erweitert sich um eine Million. Aber sie müssen nicht eine Million zurückzahlen, sondern je nachdem, wie schnell sie zurückzahlen, vielleicht zwei Millionen. Also bei diesem Häusle, 32 Jahre, 5% nach 32 Jahren hat er genau zwei Millionen gezahlt. Die zweite Million fehlt. Die gibt es nicht im System. Unser Geldsystem, unsere Volkswirtschaft löst das Problem, indem sie einfach immer wieder neue Kreditnehmer schafft, die Kredit aufnehmen, das erweitert die Geldmengen und das ermöglicht, alle denen, die ein bisschen ältere Schulden haben, die Schulden zurückzuteilen. Das Problem ist, Schulden wachsen wegen Zins und Zins-Zins, wachsen Schulden immer schneller als z.B. die Wertschöpfung, die daraus entsteht. Das gibt Stress. Es wird immer schwieriger noch Geld zu verdienen, weil alle das Gleiche probieren und ein ständiger Mangel an Geld herrscht. Wir merken das, die Löhne gehen runter, es wird überall gespart an der Qualität usw. Ich habe es schon mal gesagt. Darum, damit das nicht passiert, muss die Wirtschaft wachsen. Zwingend. Eine Wirtschaft, die nicht wächst, kommt automatisch ein riesiges Finanzierungsproblem über. Wir merken das im Moment ja sehr gut. Das Wachstum ist etwa bei 0,5% und die ganze Welt zittert, weil man einen Kollaps erwartet. 0,5% Wachstum, das soll zu wenig sein, wenn bei uns, wenn jemand von uns 0,5% mehr Lohn überkommt, bricht auf keinen Fall eine existenzielle Krise aus. Viele können sogar froh sein, wenn sie etwas mehr bekommen. Also mit diesem System ist etwas grundsätzlich nicht in der Ordnung. Und wir sind unsicher, ob das Geld, das wir hier auf unseren Konten haben, ob wir das je wieder überkommen. Das stellt die Frage nach dem, was eigentlich ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ein gesetzliches Zahlungsmittel sollte eigentlich sein, wo man vertrauen kann. Ein, das nicht einfach so plötzlich verschwinden kann. Weil eine Bankinstitution hat gesagt, wir haben jetzt leider keine mehr. Ein gesetzliches Zahlungsmittel sollte eines sein, wo man wirklich vertrauen kann. Was sagt das Gesetz dazu? Es gibt ein Gesetz, das heisst das Gesetz für die Währung und Zahlungsmittel. Und dort heisst es im Artikel 2 gesetzliche Zahlungsmittel sein. Münzen, Banknoten und Sichtguthaben bei der Nationalbank. Wenn ich jetzt also unbares Geld möchte, und das ist auch sehr praktisch zu zahlen, dann müsste ich ein Konto bei der Nationalbank haben. Das habe ich versucht zu eröffnen. Ich habe angerufen und gesagt, da ist die Flugerin, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Und das geht nicht. Nur Banken und bankenständische Institute können das. Was heisst das? Das heisst, dass das Geld, das wir auf unseren Banken haben, dass das nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist. Obwohl es alle als gesetzliches Zahlungsmittel behandeln. Sogar die Behörden. Alle behandeln ein Geld, das nicht gesetzliches Zahlungsmittel ist, behandeln sie, wie wenn es das wäre. Wenn man genau schaut, findet man natürlich schon an der richtigen Stelle eine Erklärung oder eine Beschreibung von diesem unerhörten Zustand. Der Bundesrat hat 1999 in der Botschaft zu diesem Gesetz geschrieben. Guthaben bei einer grossen Kantonal- oder Regionalbank oder gar einer Kreditkartenorganisation sind etwas genuin anderes als Guthaben bei der Schweizerischen Nationalbank, die als einzige Institution im Lande gestützt auf öffentlich-rechtliche Normen autonom Geld schöpfen kann. Sie sehen an, das Geld auf der Bank ist also etwas grundlegend anders. Was? Das sagt der Gesetzgeber nicht. Jetzt wissen wir ja, dass die Banken Schwierigkeiten bekommen. Jeden Tag stehen ungeheuerliche Sachen in der Zeitung. Man traut sich fast nicht nachrichten zu hören oder zu schauen. Die halbe Probleme sind im Moment beim Euro. Und zwar nicht, weil die Griechen zu wenig sparen, sondern weil die Staatspapiere von Griechenland, von Portugal und von vielen anderen Ländern abgestauft werden. Und das gibt Bilanzprobleme bei den Banken. Die müssen jetzt schauen, und zwar die europäischen Banken. Die müssen jetzt schauen und die Hedgefonds, dass sie die Euro, die sie haben, möglichst schnell loswerden. Weil wenn die noch mehr Wert verlieren, dann geht es der Banken noch schlechter. Also suchen sie nach einer guten Alternative. Der Schweizer Franken ist eine von denen. Die haben also in der letzten Zeit in Massen die Schweizer Franken gekauft. Und dadurch ist der Preis des Schweizer Franken gestiegen. Bis auf eine Höhe, wir wissen es, wo die Exportwirtschaft Schwierigkeiten bekommen hat. Und die Nationalbank musste handeln. Was hat sie gemacht? Sie hat öffentlich erklärt, sie würde unbeschränkt Devisen kaufen. In den Worten vom Nationalbankchef Philipp Hildebrandt klingt das so. Sie ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen. Und weil das für die Schweizer Geschichte so ein historischer Moment ist, und so ein historisch wichtiger Satz, müssen wir uns das gerade noch einmal anschauen. Sie ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen. Das heisst, die Nationalbank kauft unbeschränkt und zum Fixpreis von einem Franken 20, äh, von einem Franken 20 kauft sie die Euros, die niemand mehr will, an. Das ist etwa das Gleiche, wenn wir beim Lidi und beim Aldl kaufen, was einfach rum ist und dann leere Verpackungen sind und einen Fixpreis dafür zahlen. Es ist eine Unkürlichkeit. Das Risiko bei dem ist enorm. Man kennt es zwar nicht genau, das muss man sagen, die Nationalbank veröffentlicht keine Zahlen, wir wissen es nicht, aber im Juli und im August hat die Nationalbank die Geldmenge um fast 200 Milliarden erhöht. Es hat nichts genutzt. Sie muss also jetzt mit schärferen Geschütze auffahren und kauft unbeschränkte Devisen. Was passiert bei diesem Vorgang? Es gehen also hunderte von Milliarden Schweizer Franken gehen zu irgendwelchen Privatbanken-Hedgefonds. Wir kommen dafür Euro rüber. Die sinken höchst wahrscheinlich im Wert. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder die Hedgefonds, die mit den vielen Schweizer Franken, die sie jetzt haben, Schweizer Krimen aufkaufen. Swisscom, was oben ist, unser Tafelsilber. Die zweite Variante. Die Erhöhung der Geldmenge ist etwa eine Verdreifachung. Wir haben jetzt plus minus 250 Milliarden. Es könnten gut und gern 750 Milliarden sein oder noch mehr. Die unerhörte Ausweitung der Geldmenge führt zu einer Inflation. Das muss man wissen. Bei der Inflation profitieren immer die, die das Geld zuerst bekommen. Die können zu den alten Preisen einkaufen. Das sind in diesem Fall die Banken. Bis das Geld nachher runter ist, an der Basis, wo wir arbeiten und mit Arbeit dieses Geld verdienen, bis das Geld unten ist, die Preise längst nicht davon galoppiert. Das ist eine riesige Umverteilung. Die dritte Möglichkeit. Die Hedgefonds merken, es gibt so viele Schweizer Franken, eventuell ist der Wert auch nicht so hoch, wie wir meinen, und die Föder verkaufen. In diesem Moment müsste die Nationalbank mit den Euro, die mittlerweile wertloser geworden sind, die ganze riesige Menge von Schweizer Franken, die sie vorher herausgegeben hat, wieder zurückkaufen. Kann sie nicht. Was passiert? Der Kurs von Schweizer Franken saust in Kellern. Alle drei Varianten eigentlich ein Horrorszenario. Der Umfang von diesem ganzen Risiko, der kann ohne weiteres 500 Milliarden Schweizer Franken beträgen. Das ist ein ganzes Bruttosozialprodukt. Auf Deutsch heisst das, ein Jahr lang gratis arbeiten für die Hedgefonds. Und kein Politiker, das Parlament hätte sich dazu nicht äussern können, es hätte keine demokratische Diskussion über diesen unerhörten Vorgang stattgefunden. Wer kann das wollen? Offenbar der Philipp Hillebrand. Wir schauen ihm jetzt gleich zu, wie er einen Verabgang gemacht hat von seiner Klärung. Mir denkt es, er schülpert fast Stegen auf und es sieht so aus, wie wenn er eigentlich nie in der Kiem oder vielleicht noch schnell kommt, definitiv sagen, ich bin jetzt gegangen. Wir können uns nicht einfach so verabschieden. Wir stehen in der Schlange von der Bank und warten darauf, dass wir an die Reihe kommen und vielleicht auch noch etwas überkommen von unserem Guthaben. Aber, mindestens eine Sätze sind 2,5%. Wenn 100 Leute vor der Bank anstehen, dann kommen genau 2,5% zu ihrem Geld. Die anderen ziehen am Griff. Ich finde das eine rechtlich unerhörte Situation. Wir müssen unbedingt über unser Geldsystem reden. Wir müssen über die Verfassungsmässigkeit von unserem Geld reden. Das muss passieren. Darum kandidiere ich. Darum will ich in den Nationalrat. Darum wähle ich Christoph Pflüger. Niste 18, parteifried.ch, Soleturn. Wer nicht im Kanton Soleturn wohnt, rufen Soleturn an und sagen, wir haben eine ganz gute Wahlempfehlung. Mehr Informationen gibt es hier auf der Webseite. Täglich frisch, täglich ziemlich harte Fakten über unser Geldsystem. Ich danke, dass ihr die Viertelstunde zugeschaut und zugelassen habt. Und ich danke, dass ihr diese Botschaft weiterträgt. Merci vielmals. Tschüss zusammen.